Einen wunderschönen. Guten Morgen, es ist Sommer und ich war tatsächlich in der letzten Woche nicht hier im Büro. Aber ich habe natürlich trotzdem mit Fingern auf eine Tastatur getippt und weil ich keinen mobilen Mac besitze, da habe ich mal darauf geachtet, welche MacOS-Software mir im iPad tatsächlich fehlt oder welche Apps ich vermisse. Ich habe mal bewusst darauf geschaut, für welche Aufgaben ich mich auf meinem Cloud-Mac fern einwähle und was dieser Mac dort noch regelmäßig für mich tut.